Rot-Weiß Oberhausen hat den Vertrag mit seinem Torjäger Sven Kreyer verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre zum Saisonende aus, fühlt sich in Oberhausen wohl. Sven Kreyer geht weiter für den Klub auf Trimago Images. Zur Vertragsdauer machten die Oberhausener keine Angaben. Wir sind froh, dass sich Sven entschieden hat, den gemeinsamen Weg weiterzugehen. Sowas sportlicher Leiter, er hat die Qualitäten, die wir von ihm bereits kannten, auch bei uns unter Beweis gestellt und ist daher ein wichtiger Teil der Mannschaft. So Bau Kreyer kam im vergangenen Sommer vom drittligisten Viktoria Köln nach Oberhausen und kam in 27 Partien auf bisher 10 Treffer. Er ist damit bester Rotorschütze. Der eingeschlagene Weg des Vereins gefällt mir. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass dieser weiter fortgesetzt wird. Außerdem habe ich noch kein Spiel vor unseren Fans machen dürfen. Das will ich auf jeden Fall erleben, so der 29-Jährige nach seiner Un-Oberhausen belegt in der Regionalliga West aktuell mit 40 Punkten den 6. Platz. Am Samstag spielt das Team gegen Alemannia Aachen. Am Samstag spielt das Team gegen Alemannia Aachen. Am Samstag spielt das Team gegen Alemannia Aachen. Amen. Amen.